Ziegelfix ist die einzige Universal-Dachziegel- und Dachsteinfräse, die dem Monteur eine sichere und staubfreie Bearbeitung des Dachziegels ermöglicht. Im Gegensatz zum unsicheren Arbeiten mit dem Winkelschleifer oder Schieferhammer wird der Dachziegel von oben in die Maschine eingeführt. Ziegelfix schneidet die notwendige Aussparung am Dachziegel einfach und sicher ab. Einsätze für alle handelsüblichen Dachziegel-Varianten sorgen für passgenaues Arbeiten. Das Auswechseln der Wechseleinsätze ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Das Anflanschen eines handelsüblichen Winkelschleifers genügt, um die innenliegende Diamant-Trennscheibe anzutreiben. Die Hände kommen nicht in die Nähe der Trennscheibe. Eine Absaugvorrichtung verhindert Staubablagerungen im Montageumfeld. Im Lieferumfang enthalten sind fünf Paar Wechseleinsätze, mit der die gängigen Dachpfannen Frankfurter Pfanne, Heidelberger Pfanne, Harzer Pfanne, Doppel-S- und Taunuspfanne bearbeitet werden können. Die Ziegelfixvorteile im Überblick. Kein Ausschuss durch Rissbildung und Bruch am Ziegel. Keine Staubbildung. Sichere und genaue Fräsestellen, Kostenersparnis durch Winkelschleiferantrieb. Lärm- und Staubreduzierung durch gekapseltes Gehäuse. Die Ziegelf Ox lachtfamtschleifanie. Vielen Dank.